Herzlich Willkommen, ich bin Alexander. Verschiedene Domos und Designs und Materialien habe ich schon verwirklicht und mein gesammeltes Wissen zu diesem einzigartigen Kurs für euch zusammengestellt. Ihr lernt ein bewährtes System aus geometrischem Basiswissen, Hilfsmitteln, Selbstkontrolle, Abhund und Aufbau. Von der Vorplanung bis zur Dachdeckung bekommt ihr all meine Praxistipps, um eure erste geodetische Kuppel in beliebiger Größe und Nutzen nachzubauen. Kommt jetzt in die Domosbau und Bauerinnen, profitiert vom einmaligen Rabatt zu finden gleich hier unter diesem Video.